Ja, hier ist Hibana, ja moin. Hallo Leute, ich bin der Miro und willkommen zu einer neuen Folge, die so ein bisschen im Thema Luck oder Skill steht. Und zwar wollte ich von euch wissen, wie eure Meinung dazu ist, zum Beispiel über Wallbanks oder schnelle Peaks. Und dann ist da wirklich jemand und dann killt man den. Ist das nun Glück oder ist das Skill? Weil eigentlich schießt man mehr auf die Position, weil man da jemanden erwartet. Und dann hatten wir das Glück aber, dass die Person da ist. Und ja, ist das nun Skill? Ist das einfach nur Luck? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und los geht's. An Yellow Stairs ist oben das Fenster auf. Was macht ein Bennett überhaupt hier oben? Ja, weißt du, wie weit oben hat sich hier rausgeworfen, halt nicht. Ganz, ganz oben. Im Konsol, oder? Ja. Da, wo du gepinkt bist. Wie sieht's mit dem Garagentor aus? Habt ihr das offen? Weil Bandit ist nicht da. Ihr müsst einfach nur zetschern, dann geht's rein. Ja, ist schon offen. Wie ist der hängt? Wie ist der hängt? Wie ist der hängt? Wie ist der hängt? Ich hab's ihm. Oh. Nein, ne, hab ich hab keinen. Jo, sterbt vielleicht mal irgendwie. Geht doch. Der kann auch jede Position alleine übernehmen, oder? Ja, stellt sich direkt bei mir an der Ecke. Arp 4, lads up standing. One friendly operator remaining. Stairs. So Kevin. Fackle tot. Was ist das? Stark, ihr werdet. LOL! LOL! Get bitch slapped! New camera feed activated! Don't getting too greedy, boys. Auf dem Turm. Okay, einer ist auf dem Gartenhäuschen. Ja. Double window, double window. We can change it. Ah. Alter! Access denied, motherfucker! Da ist wieder einer auf dem Bett oben, der runter zum Wasser schaut. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Komm, er ist tot. Ich bin shuttet. Ne. Ich bin jetzt auch mit unten. Haben keinen mehr oben. Wurde in so der Heddy geschwemmt. Er schwingt. 15 seconds left. Ja, hier ist Hibana, ja moin. Nein. Niiice! Enes! Alter! Dream Team! von Brems! Von Brems! Wie viel Spaß hier bei uns, der ist so schlecht. Dieser... Gaspf***er. Der war die ganze Zeit... Der Kira hat echt... Ja, ich bin durch. LOL! Er läuft ja einfach durch. Aber ich glaub... Ja, der muss nicht runter sein, alterlich. Upsa. Hier schließt er aus dem Flur. Glaub ich. Überlaufen nicht. Ja, ich weiß. 15 seconds left. F**k, du musst ja noch auf Plant gehen. Ja, er smockt mich. Es kommt da draus. Er wird sich einfach nur verstecken. Ja, f**k. You're out of time. Äh, lol, auf einmal steht er vor dir. Ja, Puls ist bei mir. Oh, f**k. Lol, ich hab'n Jut. Was sind das für Gegner? Also der war gerade total abwesend hier reingelaufen einfach. Aber nur erstmal ein kleines. Ja, die Jäger picken. Das war's. Jetzt. Ähm. Da wo Enes steht, ist noch ne Batterie dran. Die fäuchte man noch weg, damit er anlegen kann. Dann ist alles geregelt. Damit Klares geregelt. Hierro, du hast den Spur dort noch? Ja, Puls ist unten bei mir. Äh, oh f**k. Nee, eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, Puls ist unten. Enes, pass auf. Der ist da hinten, hinter der Wand. Lol. Ähm. Puls ist noch unten links. Sehr gut. Sechere den Container. Alles klar. Ich glaub im kleinen Raum. Und hinter der. Lol. Lol. Sehr schön, Miro. Was ist denn hinten? Beim kleinen Turm oder was? Das ist Abnuchshalle, ja. Ja. Fuck halbe Minute noch. Der Dropper ist offen, oder? Achso. Hat nicht irgendwie rumgebackt. Da! Mhm. Okay. Nice. Jo, verteilt Headshots. 15 Sekunden. Nieder im Raum. Nieder im Raum. Nieder im Raum. In Bann kommt Mute. Kommt Mute. Nice. In Cine Raum. Ja. Es ist drin, es ist drin im Raum. Äh, hinten bei den Auf... Die ist geblendet. ja 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 angepasst ja stirb nicht was macht der er denkt glaube ich ist nach oben jäger war auch nach oben sagt er zu viel ich bin drin nächste verlängerung twitch elite das war es dann noch wieder für heute ich hoffe euch hat die folge gefallen und wie gesagt schreibt mir mal eure meinung zu lack oder skill in die kommentare und wir sehen uns bei der nächsten folge wieder bis dahin bei bei leute und ciao